Guten Tag Odoo und wertes weites Volk. Kann man sehen, wir sind gleich fertig. Steht schon wie lange da. Jetzt kann man raten. Wir haben 17,59. Und hier, gehen wir mal auf Geschwindigkeit. Ich zahl für 10 Mbitz. Wie kann das sein? Ja, ja, alles klar. Obwohl ich heute ein Tagesflat habe, da dürften mehr als 10 MB sein. Aber Tagesflat, ey, wo sind wir jetzt wieder? Machen wir hier nochmal einen Test, oder? Gehen wir auf herunterladen, oder? Es geht nicht, werde ich gehackt, oder? Müssen wir jetzt gleich nochmal neu laden? Damit das wieder aktiviert wird, oder? Aber ja, sehen wir gleich, welche Sicht. Nach Sicht hörtet ihr mich scheinbar etwas sagen, aber ja, war ich nicht. Aber ja, jetzt gehen wir auf downloaden, herunterladen. Und jetzt geht hier gleich was auf, oder? Ja, ja, ey. Welche Geschwindigkeit haben wir? Ey, fast. Ey. Was soll das? Ah ja, ich habe gedacht, ich habe zwei Dateien ausgewählt. Sieht man ja, oder? Da war mir nicht dumm. Aber was? Da war mir nicht dumm. Ey, sieht man die Geschwindigkeit? Ah ja, gehen wir nochmal auf die Geschwindigkeit, oder? 10 Mbitz, ja. Ich habe heute eine Tagesflat. Aber das kann man hier beweishaft sehen, oder? Ja. Haha. Aber auch du und das Rechtmanagement wird sicherlich sehen. Nicht nur damit ich hier, habe heute eine Default gebucht, ja. Datum stimmt, oder? Ja. Ja. Aber ja. Das sieht man ja. Oben ist halt immer noch nicht fertig. Aber ja, das liegt bestimmt jetzt voran. Ja, weil da Microsoft. Ey! Bleiben Sie bitte online, während Sie Microsoft Downloads herunterladen. Wir sind gleich fertig, ist klar. Und du Datum kennt unsere Zeit. Außer Gericht. Könnt ihr überprüfen. Hehe. Ich verlange nicht nur die 6 Euro zurück für die Flatrate heute. Sondern auch, wie weit die Monate vom Vertrag ist alles erklärbar. Dankeschön. Aufnahme beendet.